VV06TV wird Ihnen präsentiert von Jim & Jimmy, die Sport- und Erlebnislocation für klein und groß. www.jim-jimmy.de Herzlich Willkommen zu VV06TV. Unsere Domstattelf-Kicker durften heute mal eine Abwechslung zum kalten Kunstrasenplatz genießen. Denn es ging zum Sportpartner Jim & Jimmy, der neuen Sport- und Erlebniswelt in Hildesheim. Hier durften sich die Jungs unter Anleitung von Trainerin Carolin Ebeling mal richtig auf den Spinning-Bikes verausgaben. In zwei Gruppen ging es dann eine Stunde lang auf dem Drahtesel richtig zur Sache. Und Männer, wie hat es euch gefallen? Ja, war sehr gut, abwechslungsreich. Das Spinning-Programm war heute sehr anstrengend und ich denke, wie gesagt, es ist eine gute Abwechslung. Mal wieder zum doch eher kühlen Trainingsbetrieb hier bei den Minusgraden, an die ich natürlich gewöhnt bin. Und ja, schön wieder hier zu sein. Wir haben alle ein großes Ziel vor Augen. Ja gut, ich denke, die Intensität wurde hier voll angebracht. Auch angebracht in Bezug auf das Stadion, in dem wir uns gerade befinden, von der Vorbereitung generell. Und ich denke, die Trainerin hat das hier ganz gut gemacht, auch mit der Motivation vom Trainerstart. Und die Inhalte des Teams hat auch gestimmt, die nicht in den Bruch. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir jetzt schon am Anfang der Saison wissen, worum es geht. Und eben auch bei so einer Einheit, wo man ja in Anführungszeichen nur Spinning betreibt, eben schon den Ernst in ernster Sache erkennt und auch an den Tag liegt. Und das fand ich ganz gut heute. Und weil es auch so schön war, gab es nicht nur Applaus, sondern auch Lob von der Trainerin und dem Trainer. Ja, coole Jungs auf jeden Fall, hat Bock gemacht, sind motiviert, die Kerle können ein bisschen was. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, würde ich gerne wieder machen. Ja, es ist eine richtig gute Abwechslung für uns heute gewesen. Tolle Rahmenbedingungen, nette Kursleiterin und wenn ich das richtig gesehen habe, haben die Jungs mitgemacht. Und es ruft nach einer Wiederholung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017